Leute, herzlich willkommen beim InvestInBest YouTube-Kanal. Heute das Thema Gold und Silber und der weitere Ausblick für Gold generell dieses Jahr. Ich glaube, gerade die Goldanleger 2021 sind richtig frustriert von diesem Jahr und auch wir haben definitiv einiges 2021 in Gold erlebt und jetzt ist es, glaube ich, der richtige Zeitpunkt hier, dass wir ein neues Gold-Update auf den InvestInBest YouTube-Kanal geben. Ganz ausführliches Marktupdate wieder mit ganz vielen Grafiken, wo ihr ganz viel lernt, auch für euch. Und ich glaube, jeder Gold- und Silber-Investor muss dieses Video jetzt bis zum Ende anschauen. Herzlich willkommen, mein Name ist Deutsch-Benjamin. Mein Name ist Hannes Hortenagel. Glocke machen, Kanal abonnieren und nicht vergessen, die Videos von InvestInBest teilen. Teilst die Videos, dann, glaube ich, haben wir ein tolles Wachstum gemeinsam. Da können wir das Wissen und die Bildung verteilen und dann profitieren wir allermeisten daraus. Benjamin, du hast gesagt, Gold, Gold, Gold. Heute dreht sich alles um das goldene Edelmetall, aber vielleicht auch ein bisschen um Silber wollen wir drüber reden. Benjamin, was hast du heute mitgebracht? Wie sieht es mit Gold aus? Letztes Jahr 2021 war ja wirklich ein sehr hartes Jahr, ein sehr anspruchsvolles Jahr für alle, die Gold zugeneigt sind, für alle, die Gold besitzen. Da ist ja nicht viel gegangen. Wie sieht es aus im 2022-Jahr? Was steht vor uns? Johannes, zuerst müssen wir natürlich heute und zuerst mal natürlich die Trendbestimmung noch mal genauer anschauen, weil wir haben immer wieder das Gefühl gehabt, dass in den Kommentaren, natürlich auch bei E-Mails, immer wieder Fragen gekommen sind. Ja, aber 2021 waren wir doch bullisch auf Gold und wieso ist da nichts passiert? Und deswegen müssen wir erst mal bestimmen, okay, ist Gold überhaupt noch in einem Aufwärtstrend? Ja oder nein? Ist es einen mittelfristigen Abwärtstrend? Ist es vielleicht kurzfristig, bullisch oder negativ? Über die Sachen müssen wir heute sprechen, weil wir hier generell auch ein bisschen eine Aufklärung generell für euch machen wollen. Und zwar, was wichtig ist für euch, dass ihr unbedingt lernen müsst, was wir auch heute in einer Grafik noch mal verdeutlichen, anhand des Goldkurses natürlich. Und zwar gibt es eben drei verschiedene Trends, die jeder von euch verstehen muss. Der erste Trend ist der primäre Aufwärtstrend. Das heißt, sind wir primär derzeit Gold im Bullenmarkt? Ja, das können wir jetzt schon sagen, sind wir. Sind wir in einem mittelfristigen Bullenmarkt in Gold oder im mittelfristigen Bärenmarkt? Ja, mittelfristig sind wir derzeit eben in einem Abwärtstrend beziehungsweise in einer Korrektur seit Juli, August 2020. Und dann gibt es noch die kurzfristigen Trends. Und das sind diese kurzfristigen Trends, wo wir unter anderem auch einmal den Goldausbruch prophezeit haben, beziehungsweise hier auf dem Kanal auch ausgestrahlt haben, der aber wieder abverkauft worden ist und somit den mittelfristigen Trend wieder zurück in die Korrektur geschickt hat und es eben ein Fehlausbruch in dem mittelfristigen weiteren Aufwärtstrend war. Und wir haben eben ganz klar jetzt gesagt, Herr Hannes und ich, wir müssen heute einmal ein Update geben, damit ihr wirklich versteht, was ist ein primärer Trend, was ist ein mittelfristiger Trend und was ist ein kurzfristiger Trend, damit ihr wirklich auch versteht, was wir hier bei Invest in Best generell machen und wo unser Fokus generell liegt. Das ist, glaube ich, ein riesen, riesen Mehrwert für euch alle. Schauen wir vielleicht die Grafik nun am Gold an. Und zwar, wir bestimmen jetzt anhand des Goldkurses seit dem Tief im Dezember 2015, Januar 2016, ganz links unten, bestimmen wir jetzt mittlerweile eben die Trends. Und was wir eben wissen, dass Gold fundamental zyklisch, der Achtjahreszyklus in Gold, der 2016, das Tief vorher gesagt, makroökonomisch wussten wir, dass die Realzinsen ins Negative gehen am 2016 und das war mehr oder weniger der große Tiefpunkt im Goldmarkt. Deswegen ab hier sind wir in dem sogenannten primären Aufwärtstrend hier in grün, wie ihr in dieser Grafik seht. Was aber eben innerhalb eines primären Aufwärtstrends passieren kann, ist, dass wir eben mittelfristige Aufwärtstrends haben, mittelfristige Korrekturen oder mittelfristige Abwärtstrends haben. Und dieser mittelfristige Abwärtstrend beziehungsweise Korrekturphase hatten wir von 2016 bis August 2018, wo dann wieder der mittelfristige bullische Trend begonnen hat. Wichtig ist aber auch zu erwähnen, dass eben die kurzfristigen Trends, die stehen auf dieser Grafik nicht, ein kurzfristiger Trend ist nichts anderes wie eine Trendbestätigung, dass der mittelfristige Trend wieder nach oben geht oder ein kurzfristiger Trend kann auch bestimmen, dass die mittelfristige Korrektur oder der Abwärtstrend noch weiter geht. Und das ist eben das Wichtige, dass ihr das wirklich versteht und auch für euch immer wieder im Hinterkopf habt, wo wir uns gerade befinden. Auf jeden Fall haben wir dann 2018, wie wir alle wissen, von August bis Juli, August 2020, also fast zwei Jahre, nonstop Bullenmarketing Gold gehabt. Und wir sind innerhalb des primären Aufwärtstrendes in einem mittelfristigen Aufwärtstrend angelangt. So, und jetzt seit dieser Korrektur, also Juli, August 2020, befinden wir uns wieder, wie ihr seht, in einem mittelfristigen Abwärtstrend, in einer mittelfristigen Korrekturphase. Und jetzt geht es darum, dass man natürlich versucht, den kurzfristigen Trend so zu bestimmen, den Ausbruch quasi eben richtig zu timen. Das ist aber nicht primär, sage ich jetzt mal, unsere Aufgabe, dass wir die kurzfristigen Trends innerhalb des mittelfristigen Trends handeln, weil am Ende des Tages, dort liegt nicht das große Geld, Leute. Schaut euch einfach mal an, den mittelfristigen Trend von August 2018 bis März 2020, seht ihr immer wieder so, ja, gute ein, zwei, drei Monate rote Kerzen, da kommen wieder die dicken grünen, da seht ihr wieder ein paar kleine rote Kerzen, da kommen wieder die dicken grünen. Das sind die kurzfristigen Trends. Und da ist in der Regel auch nicht sehr viel Geld zu holen. Und wenn jetzt jeder andere vielleicht sagt, ja, aber da kann ich ja Leverage verwenden, da kann ich in meinem Margin-Konto richtig große Positionen aufbauen, das tut, ein großer Margin oder viel, viel Kredit-Leverage macht nichts anderes wie die Volatilität im Portfolio erhöhen. Die Chancen erhöht es auf keinen Fall. Die richtig großen Chancen sind die riesengroßen Bewegungen, primär der Trend, der primäre Trend und natürlich auch im mittelfristigen Trend, dort liegt das große Geld. Und wir bei Invest Invest fokussieren uns genau auf diese mittelfristigen Trends und auf diese primären Aufwärtstrends. Das ist wichtig. Und wenn man diese Grafik anschaut, dann ist, stell dir das mal jetzt einfach mal vor, wie viel natürlich Negativ-Sentiment nur wegen dieser Korrektur, die wir damals hatten, jetzt gut, sage ich mal, eineinhalb Jahre dauert, wie viel Negativ-Sentiment in Gold reingekommen ist, obwohl, wenn wir den primären Aufwärtstrend uns anschauen, total lächerlich natürlich. Aber eben, da sieht man einfach wieder, wie emotional natürlich die Anlegerschaft im breiten Stil ist. Und natürlich, die kurzfristigen Trends, zweimal letztes Jahr, Hannes, wir sehen hier diese großen grünen Kerzen hier, da war eben ganz klar ein Fehlausbruch. Ändert das aber einen primären Trend? Nein. Ändert das den mittelfristigen Trend? Nein. Nur, dass es halt noch etwas verzögert, wie wir gerade sehen, ins 2022 hineingegangen ist. Also Benjamin, die guten Nachrichten für alle Goldanleger, für alle im Grunde auch Edelmetallanleger, ist schon mal eines, primärer Aufwärtstrend, langfristig, eindeutig da, sieht, glaube ich, jeder. Mittelfristig, auch Aufwärtstrend, also auch alles gut. Nur der kurzfristige Zeithorizont eben, das ist da, wo es nach unten gegangen ist und dort will jetzt wieder jeder die perfekte Chance erhaschen, um dann einzusteigen. Aber ich sage einmal, wenn man den großen Aufwärtstrend, wenn man jetzt diese großen Kerzen sich anschaut, wenn man sich diese großen Linien sich anschaut, dann ist es ja an und für sich eigentlich relativ vernachlässigbar, egal, ob man jetzt, wo man da in einem kleinen, in kurzfristigen Trend dann irgendwo einsteigen kann, oder? Das ist ja dann relativ egal. Und viele Menschen, glaube ich, jetzt einfach immer so, die sind dann getrieben eben irgendwo und wollen die Chancen nicht verpassen, wollen diesen großen Umbruch, die Chancen jetzt alle nützen. Aber ich sage einmal, es kommt da, glaube ich, nicht darauf an, dass man wirklich den perfekten, tiefsten Punkt erwischt, sondern einfach, dass man bei der großen Welle dabei ist und eben nicht zu viel handelt, nicht zu viel tradet, rein, raus, sondern eben einfach die große Welle reitet. Gerade, Hannes, bei den Goldmineninvestoren ist das Verständnis eines der allerwichtigsten Dinge überhaupt. Denn natürlich, wenn der Goldpreis steigt, wissen wir, dass die Goldminen deutlich mehr anziehen wie der Goldpreis selber. Wir wissen auch, dass Silber deutlich mehr anzieht wie der Goldpreis, das Doppelte, nur so nebenbei. Und wenn wir aber in diese große Korrektur übergehen, beziehungsweise, wenn wir in eine Korrektur übergehen, in eine mittelfristige Korrektur, dann ist das für die Goldminen natürlich viel schlimmer, wie es zum Beispiel für den Goldpreis ist oder auch viel schlimmer für Silber, wie es für den Goldpreis ist. Deswegen muss man einfach ganz klar wissen, wenn man primär davon ausgeht, dass Gold in einem Aufwärtstrend ist und das ist es, wir sind im primären Aufwärtstrend und diese mittelfristige Korrektur ist schon sehr alt, muss man ganz klar sagen, dass die schon sehr, sehr alt ist und wir erwarten für 2022 eine recht positive Entwicklung. Aber wie es jetzt im Goldpreis wirklich weitergeht, das schauen wir uns jetzt in den nächsten Folien auch an. Es war uns noch sehr, sehr wichtig, Hannes und mir, dass wir das wirklich noch mal klarstellen, wie generell die Trendbestimmung abläuft und wo wir uns gerade in Gold befinden. Für euch alle vielleicht Beruhigungstablette kann man es nennen, aber einfach wirklich das Wissen zu haben, wo befinden wir uns überhaupt. Und jetzt schauen wir nun weiter, da ja gestern auch die FED-Sitzung war, schauen wir nun an, wenn die Zentralbank generell auf einer jährlichen Basis, das bedeutet die jährliche Veränderung, wenn die Zentralbank Geldmenge, der Federal Reserve, wenn die fällt beziehungsweise langsamer steigt wie zuvor, es geht immer um die Geschwindigkeit des Wachstums dieser Bilanz, wenn die eben nicht mehr so schnell wächst, dann ist das in der Regel auch nicht so gut für den Goldpreis. Also auch hier sehen wir schon eine relativ gute Korrelation, natürlich nicht eine genaue Korrelation, aber eine relativ gute Korrelation, dass man sieht, wenn eben die FED richtig Gas gibt und Tapering durchzieht, das bedeutet die Zentralbank Bilanz wirklich negativ wird auf einer jährlichen Veränderung, dann ist das auch nicht gut für den Goldpreis und dann ist das richtig, richtig schlecht. So, und jetzt wissen wir, bis dato hat der Markt sehr viel schon eingepreist von dieser Zentralbankreduzierung. Bis dato ist noch nicht viel passiert, aber der Marktpreis derzeit sehr viel ein. Also von dieser Seite muss man sagen, wenn die FED hier richtig Gas gibt und wirklich die Bilanz abbaut, was wir nicht glauben, über die nächsten, sag ich jetzt mal, zwölf Monate, dass wir es wirklich durchziehen, dann ist das sehr, sehr negativ für den Goldpreis. Wir glauben aber, dass die Federal Reserve vielleicht einen Fehler macht, beziehungsweise innerhalb der nächsten Monate einen deutlichen Fehler macht und eben vielleicht bei der Bilanz zu viel rumschraubt. Und das könnte dann nicht nur für Gold nochmal kurzfristig schlecht werden, sondern wirklich für alle Assets da draußen, für den Aktienmarkt, für den Anleihenmarkt, natürlich auch für die Kryptowährungen, für alles. Und das könnte vielleicht sogar das Ziel der Notenbank sein, um die Inflation etwas abzukühlen, weil am besten geht das, indem man einfach den Rohstoffmarkt runterbekommt und somit den Druck von der ersten Stelle, von der Wurzel, in der ganzen Wertschöpfungskette abnimmt. Das könnte das Ziel der Notenbank sein, das werden wir in den nächsten Monaten auf jeden Fall sehen. Wenn wir nun jetzt die Realzinsen invertiert gegenüber den Goldpreis stellen, sehen wir natürlich auf der linken Seite minus 0,64 und rechts sehen wir den Goldpreis, aber wir wissen, umso negativer der Realzins wird, umso besser ist das für den Goldpreis. Wenn aber der negative Realzins eher Richtung Null geht, also auf der linken Seite Richtung Null runtergeht, dann ist das für den Goldpreis eher negativ. Wenn die Zentralbank hier richtig Gas gibt jetzt und wirklich, sag ich jetzt mal, versucht, diese Bilanz abzubauen, die Zinsen wirklich aggressiv erhöht und der Markt vielleicht noch mehr Zinsögerungen kurzfristig einpreist, dann könnte auch das kurzfristig gesehen für den Goldpreis noch einmal negativ sein. Wenn wir uns allerdings aktuell die Holdings anschauen in den ETFs, in allen Gold-ETFs auf dieser Welt, mittlerweile das Volumen hier seht ihr auf der Seite, wenn wir uns gegenüber den Goldpreis anschauen, sehen wir, dass eben die Flows in ETFs extrem viel auch ausmachen über die Goldpreis-Entwicklung mittlerweile, weil eben diese nordamerikanischen ETFs auch einen riesen Einfluss haben auf die Preisentwicklung und da haben wir jetzt einen Abtick gesehen, also es ging stark nach oben letzte Woche mit den Flows in den Gold-ETFs, ist kurzfristig gesehen, könnte das positiv sein, nichtsdestotrotz sind wir überhaupt noch nicht in einem, sag ich jetzt mal, Bereich, wo der Goldpreis schon ausgebrochen ist. Wo der Goldpreis ausbricht, da schauen wir uns dann in den nächsten Grafiken an und das sind diese zwei wichtigen Levels für alle, die jetzt bis hier drangeblieben sind, das hat sich rentiert, denn das sind diese mega wichtigen Levels, auf die jeder Goldpreisanleger schauen sollte, der mittelfristig denkt und langfristig investiert. Alle, die kurzfristig spekulieren, ja, die sollten dieses Video wahrscheinlich gar nicht anschauen, weil am Ende des Tages ist hier der Mehrwert auch nicht groß, aber umso größer ist er wirklich für die anderen Anleger, die wirklich jetzt fokussieren, okay, welche Levels sind eventuell interessant, wo man den Goldpreis nochmal gut ins Auge nehmen sollte und wo geht die Fahrt so richtig los. Also eine mittelfristige Trendbestätigung, einen Ausbruch hätten wir hier, wenn wir irgendwo im Bereich von 1.885 Dollar auf Monatsbasis schließen würden, das würde dann diesen mittelfristigen Trend zurückbringen in einen mittelfristigen Aufwärtstrend und auf der Unterseite, wenn wir nochmal eine kurzfristige Korrektur aufgrund der aggressiven Fett, aufgrund der negativen Realzinsen, die zurück ins Positive kommen, wenn wir die nochmal sehen sollten, könnten wir Goldpreise im Bereich von 1.096 bis 1.700 bis 1.710 Dollar nochmal sehen, um anschließend hier ein mittelfristiges Korrekturtief zu machen, davon gehen wir aus, um anschließend in einen mittelfristigen Aufwärtszeit in Jahre 2022 hineinzukommen. Auch unten, Hannes, hier die technischen Indikatoren sprechen, dafür, dass wir in der ähnlichen Situation sind wie Juli, August 2018, wir sind extrem überverkauft beziehungsweise hier in den Bolligerbändern, wenn wir uns auch die Performance anschauen vom Goldpreis in dieser Grafik gegenüber den S&P 500, sehen wir auch, dass wir auf dem selben Niveau eigentlich sind, wo wir 2018 schon waren, wo der Goldpreis sein Tief gemacht hat und ab dorthin oder von dort weg den Aktienmarkt auf breiter Basis outperformt hat und das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass man nicht zuschauen muss als Goldanleger, wie der Aktienmarkt fliegt und die ganzen Tesla-Millionäre und Nvidia-Millionäre und Microsoft-Investoren hier das große Lachen haben und der Goldpreiseinleger in einer schweren Depression verfällt. Jetzt sieht es eben genau wieder danach aus und das bestätigt auch unsere zyklische und makroökonomische Sicht, dass der Goldpreis schon bevor er ausgebrochen ist, zumindest schon anfängt, den breiten Aktienmarkt wieder out zu performen. Von dem her, das muss man ganz klar sagen, wer jetzt mittelfristig und langfristig in den Goldpreis investiert beziehungsweise daran denkt, etwas zu halten darin, der wird definitiv eine fette Belohnung abholen. Benjamin, das sind sehr rosige Aussichten für alle Goldfans. Eines muss man ganz klar sagen, in Zeiten, in einer gewissermaßen sehr bervertierten Zeit, sage ich einmal, wo das Weltwirtschaftsforum dasteht und Folien präsentiert in Vaccine, we trust. Da muss man ganz klar sagen, da sollte man vielleicht wieder auf diese alten Werte, auf diese beständigen Werte irgendwo zurückgreifen können, als Investor, als auch als Mensch, als ganzes Herr. Und ich sage dir eines, Benjamin, ich habe da immer meine Münze, meine Liberty Münze in den USA, meine Goldmünze bei mir, die habe ich immer an meinem Arbeitsplatz liegen, auch aufgrund, irgendwo weiß ich, einfach diese Beständigkeit irgendwo widerspiegelt. Und eines sage ich dir ganz klar, da steht drauf, in God we trust. Und das sollte vielleicht auch allen Anlegern irgendwo wieder ein bisschen Mut geben, dass man wieder in Grundwerte irgendwo rein investieren sollte. Und jeder weiß bei uns bei Invest the Best, was für ein Bitcoin-Fan ich bin und was für ein Fan ich von Chancen bin, die zu nutzen es gilt. Aber nichtsdestotrotz sollte man immer auch diese Grundwerte, wo Gold irgendwo auch der Zug hat von finanziellen Seite, von monetären Seite, irgendwo vielleicht auch in seinem Portfolio haben. Und ich glaube, Benjamin, 2022 wird wie Phönix aus der Asche auch Gold wieder auferstehen. Ja, Hannes, und es gibt einfach hier von der Investorenseite einfach jetzt Geduld. Es braucht viel Geduld, weil die 1.880 auf Monatsbasis und natürlich die 1.700 auf Monatsbasis da unten sind einfach gute 10%, in denen wir uns jetzt befinden, im Niemandsland, wie ich es auch so gerne nenne. Und deswegen in dieser Zeit gilt es einfach Ruhe zu bewahren und gar nicht viel zu tun. Allerdings, wenn wir in einen Bereich von anderen kommen, wird es wiederum sehr, sehr interessant werden. Deswegen freue ich mich jetzt schon auf die nächsten Monate in Gold und Silber und Goldminenhandels, weil es wird richtig spannend. Schauen wir uns auch hier nochmal das Dow-Gold-Ratio. Das Dow-Gold-Ratio ist auch immer so ein super Indikator, wo die Richtung jetzt im breiten Aktienmarkt und auch Gold hingeht. Denn wir sehen, dass wir im Oktober 2018 das hochgemacht haben im Dow-Gold-Ratio mit 22 Unzen Gold für einen Dow Jones. Dann im August 2021 das nächste hochgemacht haben von 20, circa 20,88, also 21 Unzen Gold für einen Dow Jones. Und mittlerweile sind wir schon wieder bei 18,5 Unzen für einen Dow Jones. Das bedeutet, real gesehen wertet der Aktienmarkt jetzt den Gold schon wieder ab, genau im ersten Quartal 2022. Das heißt jetzt nicht, dass der Goldpreis sofort ausbrechen muss. Es kann leicht noch sein, dass wir diesen letzten kurzfristigen Abverkauf nochmal im Bereich 1700 bekommen. Aber spätestens dann sollte es sehr, sehr gut aussehen für das Jahr 2022, Hannes. Und das kann sich auch sehr gut in den ersten zwei Quartalen jetzt 2022 abspielen, um anschließend in eine massive Outperformance überzugehen. Für alle Silberinvestoren selbstverständlich haben wir auch für euch heute was mitgebracht. Ganz, ganz wichtig, auch Hannes und ich sind riesen Silberfans. Primär natürlich, ich ganz offiziell kann ich auch hier sagen, habe viel, viel mehr Silber wie zum Beispiel Gold. Und die große Schulterkopf-Schulterformation, die was wir über sechs Jahre hier aufgebaut haben, also Aktienmarkt gegen Silber, sehen wir auch ganz kleine, massive rote Kerze schon im ersten Quartal, obwohl es relativ noch kurz ist, 2022, wo wir aktuell 1.432 Unzen brauchen für einen Dow Jones Index. Und im August haben wir sogar 1.882 Unzen gebraucht. Das bedeutet, Silber ist ganz klar das bessere Gold. Gold, Silber wird auch den Aktienmarkt und Gold outperformen, bis das ganze Spiel gelaufen ist. Hannes und ich habe es ausgerechnet, wir müssen hier ganz klar von einer 90 bis über 90%igen Abwertung von der Wirtschaft, vom Aktienmarkt gegenüber dem harten Asset Silber rechnen, bevor der ganze Spaß vorbei ist. Und unser Zyklus, der Dollar-Zyklus, was wir auch niedergeschrieben haben, in unserem Buch oder auch bei uns im Life Changer-Seminar gezeigt haben, der zeigt auch für ein nächstes massives Inflationshoch in den USA zwischen 2024 und 2026 und an jeder, der darauf Lust hat, natürlich bei Invest Invest mit dabei zu sein. Wir versuchen natürlich auch in Goldminen perfekt so wie möglich das Ganze zu timen. Es gelingt uns nicht immer, aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir schon einen sehr, sehr guten Track Record und jeder, der darauf Lust hat, bitte hier unter diesem Video die Jahresmitgliedschaft abschließen und bei Invest Invest mit dabei sein. Benjamin, wenn 2021 schon meine Kappe nicht geflogen ist, dann soll 2022 der American Eagle wie gesagt wieder abheben und fliegen. Ich glaube einfach, es wird ein goldiges Jahr werden, das zeigt sich an allen Ecken und Enden und ich habe einmal in einem Interview gesagt, Benjamin, das ist mir jetzt gerade eingefallen und zwar, was möchte ich meinen Kindern mitgeben und da habe ich gesagt, ich möchte meinen Kindern Bildung, Liebe und Gold mitgeben auf ihren Weg und ich glaube, damit fährt man über die Generationen hinweg am besten. So ist es, Hannes und abschließend noch die letzte Grafik, jetzt dieses Dow-Silber-Ratio, was wir gerade gezeigt haben, gegenübergelagert zum Dollar-Index. Wie gesagt, wir sind sehr negativ auf den Dollar für die nächsten Jahre und ich glaube, wer auf einen negativen Dollar setzen möchte, mit was ist man hier besser bedient, wie zum Beispiel das Gold oder das Silber und natürlich auch andere Assets, die wir auch noch bei uns vorgestellt haben. Fakt ist aber eines, Hannes, wir stehen vor einer riesen Trendwende global. Wenn der Dollar dreht, wissen wir alle, was das für die Märkte heißt und das ist eine riesengroße Chance für alle. Ich bin der Meinung, wir sollten uns hier jetzt in Ruhe besinnen, wir sollten nicht zu aggressiv agieren, sondern wir sollten den Markt entscheiden lassen und wenn der Markt dann entschieden hat, kann man dementsprechend wieder agieren und deswegen, der erfolgreiche Investor ist meistens mit dem, sag ich jetzt mal, Sitzen vermögend geworden und genau das machen wir auch bei Invest Investor, wir sind ruhig, wir warten darauf und wollen euch aber natürlich hier diesen Outlook geben, damit ihr vielleicht auch ruhiger werdet und natürlich auch das mit den Trends auch besser versteht und ich denke, es war heute wieder ein sehr wichtiges Video, das wirklich viel, viel Ruhe wieder in den Goldsektor bringt. Da haben wir nach oben für das Video, Glocken machen, Kanal abonnieren und wichtig, teilt das Video und schreibt es auch unten rein, was ihr glaubt, steht Gold kurz vor dem Ausbruch, wird Silber alles andere auf der Welt derzeit ausperformen, wo geht die Reise hin, also schreibt es fleißig unten rein und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video, morgen geht es um die große Geopolitik, da schauen wir uns an, was in der Ukraine passiert, warum keiner Türkei auf dem Bildschirm hat oder auch den Maghreb-Raum. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt, wir sehen uns morgen beim nächsten Video, Benjamin, vielen Dank für die tollen Grafen, Informationen und Daten und dann sehen wir uns, wie gesagt, mit den wichtigsten Worten zum Schluss. Vergesst bitte niemals, dass gerade dieses Jahr der Gold-Zyklus, der Gold-Achtjahres-Zyklus ganz bestimmt nicht schlafen wird. Nutzen wir deshalb jetzt die Chancen daraus. Bis morgen und besten Dank fürs Zuschauen, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.